Dieses Waisenkind ist ja auserwählt. Wir müssen ihn beschützen. Und jetzt ab in die Abstellkammer mit dir. Willkommen in 10 bis 11 Jahren nochmal wieder. Hallo, ich bin Hagrid. Du bist ein Zauber, Harry. Ist echt wahr. Und jetzt komm mit. Ich bin Hermine. A² plus B² gleich C². Hey, ich bin Ron. Alle in meiner Familie haben rote Haare. Willkommen in Hogwarts. Nachher haben wir noch eine tödliche Schulveranstaltung. Aber jetzt gehen erst mal alle Kinder, die gern Tiere quälen und oder blond sind, auf die linke Seite und der Rest auf die rechte Seite. Hey Leute, habt ihr schon gehört von Einstein? Hey, was macht ihr mitten in der Nacht hier draußen? Eure Strafe ist, mitten in der Nacht nach draußen zu gehen. Ja, Lo, ich hätte gern einen Big Pferd, ein Horn mit Nuggets und ähm... Hä? Oh nein, Harry Potter. Ich versteck mich im Keller. Hab dich. Ah, verdammt. Hey, ich hab einen Stein gefunden. Der war die ganze Zeit in meiner Tasche. Herr damit. Moment, hast du dir überhaupt die Hände gewaschen? Nee. Slytherin hat die meisten Punkte und würde den Hauspokal gewinnen. Aber Harry Potter und seine Freunde haben randaliert, einen Lehrer angezündet und einen Lehrer umgebracht. Darum gewinnt Gryffindor. Ha, 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 ha.